Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mega Mine. Mal heute kein Speedpart, eventuell mache ich davon auch einen als Zwischenpart wie Freddy. Ich habe keine Zwischenparts. Nein? Nein. Okay, gut dann nicht. Wurden alle gelöscht von Hugess. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt heute einen Auftrag. Und zwar baue ich einmal einen Brauraum. Wir packen die Brauzutaten auch in den Brauraum, ne? Ja, ich würde mir das so vorstellen, dass der etwas so groß wird wie der Verzauberungsraum. Und der Mitte steht dann der Brautisch. Ich mache das schon. Ja, ich wollte ihn... Ja, red mal weiter. Ne, du. Ich hätte jetzt nur so vorgeschlagen, wir könnten den Brauraum hinter den Verzauberungsraum machen. Ja, ich würde ihn nicht eben machen. Ich wollte ihn rechts daneben machen, wo jetzt der Brautisch steht. Genau, da würde ich drauf hin machen. Okay, genau. Aber den Brautisch würde ich dann schon gerne in der Mitte haben. Ja, kriegst du. Soll ich zwei, drei Kessel da nehmen oder so? Die eigentlich komplett... Ne, die... Obwohl, die sind nützlich, oder? Kessel braucht man. Kessel braucht man. Dann kann man Wasser halten. 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 Ja, ich baue jetzt mal zwei, drei Kessel. Bis in Deko. Genau, ich mache sowieso immer nur Deko. Ich habe jetzt drei Kessel gemacht. Oh, die kann man stacken. Geil. Ähm, was braucht man noch? Dafür braucht man Flasks. Die sind ja bei Drops noch drin. Ähm, dann nehme ich... Ähm... Schwarzpulver brauchen auch zum Brauen, ne? Äh, Quarzpulver? Schwarzpulver? Nee. Glaube nicht. Doch, Schwarzpulver kann man... Ja. Kann man aber... Quarzpulver. Braucht man Strings dafür? Ne, Strings nicht. Okay, was sind Eye of N? Beine Ahnung, guck doch mal auf Wikipedia. Äh, Blaze Rock braucht man dafür. Oder... Gastrin... Einen halben Stack Leder. Mach denn so eine schöne große Wand, wo du dann alle Braurezepte aufschreiben kannst, wenn du schildern kannst. Ja, genau. Oder ich lasse das. So, aus welchem Material soll denn der werden? Cobblestone? So einen schönen Dungeonraum? Was? Ja, Raum. Mach einfach der für irgendein Raum, ne? Ja, ich würde den einfach aus Holz machen. Ja, gut. Oder aus deinen bemoosten Steinen. Davon habe ich erstmal nicht so viele und zweitens weiß ich nicht, wo die sind. Ich glaube, ich habe die liegen lassen, weil ich... Ich würde es auch nicht so hübsch finden. Na, Dungeon-mäßig halt. Ist geschmackssache. Ja, aber wenn man nach unserem Verzauberungsraum, äh, der... Du hast einen Landtag gefunden? Ja. Ich herz dich. Dann hätten wir uns nicht mal einen... Und einen zweiten Soundtisch. Einen finden. Wieso ist das Pferd außerhalb seines Geheges? Du hast es nicht angebunden. Ich kotze im Quadrat, Freddy. Ich hatte keine Leine. Du hast die. Nein. Ich hatte auch nur noch zwei. Kann man den Namensschilder machen. Ähm, Tiere benennen. So wie wir Tampon benannt haben. Achso. Ähm, wie macht man sich eine Leine jetzt? Was du geklaut hattest. Na, was? Was? Nee, was? Eine Leine macht man, äh... Was? Was? Wie? Hä? Hä? Äh, wie du eine Axt hast? Ich glaube, ich habe es schon. Ja, ich habe es schon. Daraus kriegt man gleich zwei. Das ist cool. Ja, eine Leine ist selbst erklären, Freddy. Äh, Glowstone Dust. Spinnenauge Magma Creme. Glitzernde Melone, Lohnstaub, Zucker, Gasträne, äh, Netherwarze, Kugelfisch, Redstone, fermentierte Spinnenauge, goldene Karotte, Redstone, Glowstone. Ich hoffe, dir ist klar, dass du gleich von vorne anfangen kannst, weil ich gleich alles nochmal im Lagerhaus hole. Das holen wir eh dann erst. Das sage ich dir aber noch nicht mehr. Das holen wir eh dann nach und nach. Kein bisschen Lohnstaub mehr. Doch, ein. Ein? Ja. Habe ich auf Tasche. Lohnstaub brauchen wir aber nicht wirklich. Ne, Lohnstaub nicht. Hier ist so eine Lohnrute. Blazerod. Ein Blazerod. Ja, da machst du Staub draus. Achso, okay. Ja, weiß ich noch nicht. Ich kenne die Crafting-Rezeption. Aber man kann im Nether schon noch Lohn holen, ne? Ja, der Spawner ist halt nicht da. Ja, klar. Wenn den keiner kaputt gemacht hat, weißt du noch nicht mehr, wie man da hinkommt. Okay, 14 Bonds. Also, äh. Du hast fest. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, wo der, die Festung ist, ja. Ja, dann einfach da durchlaufen, dann findet man das schon. Wie groß ist denn der Raum hier? Ähm, der ist 1, 2, 3, 4. Nein. 1, 2. Ihr habt den Raum nicht... 4. Ach ja, weil das ja sozusagen eine Wand ist. Der ist also nur 3x3. Gut. 1, 2, 3. Dann die Wand noch raus. Die Wand noch raus. Noch ein Zauberbuch, Schärfe und Stärke, 4. Was? Ich hab'n Zauberbuch von Stärke und Schärfe 4 noch jetzt. Wer hat gerade... Wer war gerade am Links-Table? Ich. Okay. Mein Bein bürgen zusammengebracht. Oh, meine andere ist gleich Schrott. Meine auch. Meine nicht. Ja, ist doch nicht mehr deine. Ja, eben. Ich bin aber heute dafür, wir packen den Brauraum einen weiter raus. Also, dass der einen weiter raus geht noch. Nein, nicht so. Dass wir den Braustand in die Ecke packen. Also hinten an die Wand. Daneben. Ne, ich würde schon die Mitte packen, das sieht besser aus. Dann hast du aber schlechten Platz zum rumlaufen. Das ist ein bisschen doof. Warum? Mach den doch einfach 5x15 Raum und dann halt in den mittleren. Ihr habt gerade gesagt, dass wir den genauso groß machen wie den anderen Raum. Ich hab gesagt, etwa so groß. Nicht, dass du jetzt da so einen Kilometer großen Raum hast. Egal, ob jetzt ein, zwei Blöcke größer ist. Etwa. Jetzt ist es nochmal, Bonne. Einmal. Musst du eine Kiste für Wasserflaschen haben und zwei Kisten vielleicht für die ganzen Materialien, die wir brauchen. Ich baue das schon. Ich habe keine Schaufel mehr dabei. Ich kotze. Okay, ich baue jetzt so eine Schaufel ab. Ich kann überhaupt noch zurückzulaufen und meine Zuholen. Oh, ich hatte doch mal Lederschuhe. Ich habe schon... Ich kann mir aus den Neu-Craften, glaube ich. Ja, du kannst die zusammen-Craften. Ich habe bis fast heilige Stiefel gecraftet aus drei kaputten Stiefeln. Oh, hier ist Eisen im Boden. Schick. Ich habe nur eine Steinspitzhocke. Vor den Taschen natürlich, wie immer. Erstmal eine Leine wegschmeißen. Soll ich dann die Zauberbücher und so dann in unsere Lage auspacken oder irgendwie in den... Wir machen eine Kiste beim Verzauberungstisch. Achso, okay. Ich meine nur, können wir auch machen. Ja, wir machen eine Kiste beim Verzauberungstisch. Lohnt sich das nicht eigentlich beim Amboss das zu machen? Wegen Verzauberung beim Amboss? Das stimmt, wir brauchen dich beim Amboss. Ja, beim Verzauberungstisch sieht es halt schöner aus, aber ist halt behindert. Unnötig, ja. Bringt nichts. Oder du packst halt das, was für dich wichtig ist, was du nehmen möchtest, selber in deine Ender-Shift. Dann kann da kein anderer ran. Ich habe keine Ahnung, was hier noch eins wird zaubern, weil... Ja, ne, ich sag ja noch. Wie viel kostet ein Buro auf, ein Schwert oder so zu machen? Kostet das viel? Mal gucken. 24 Level, denke ich mal. Das ist schon nicht günstig. Kann man eigentlich auf dem Schwert auch Flamme machen? Ja. Weil Flamme ist ja verbogen. Ist Flamme nur verbogen? Flamme ist verbogen und Verbrennung ist für Schwert. So du wirst, ne? Raufmachen kannst du es überall, bloß die Frage ist, ob es Nutzen hat. Ja, genau, weil wenn du jetzt, angenommen du haust, ja, hier ist denn das nochmal. Ja, können wir alles ins Bett gehen? Oder lieben? Hm. Ich warte dann noch, bis der Fisch kommt. Ich schlief dann auch. Dann gehe ich halt ins Bett nur. Ja, du, ich bin gerade im Verzauberungsraum, ich habe da keinen Bock, jetzt noch mal rauszulaufen. Das meine ich nur, ich muss die ganze Zeit hin und herrennen. Ich liege im Bett. Ich bin jetzt auch disconnected. Es tagt übrigens. Da bin ich ja drauf. Ist hier eigentlich auch schon wieder da? No. Gut. Ähm, ja, brauchst du jetzt die Fische eigentlich noch oder kann ich die rausnehmen? Kannst du die rausnehmen. Ja, weil ich bin dann jetzt auch demnächst Level 22 und dann... Ja, für meine zwei Bögen habe ich 27 gebraucht. Warum hast du einmal sechs Fische in den Ofen gepackt und einmal 27? Weil das einmal Lachs war und einmal irgendwas anderes. Nein, in den ersten Ofen hast du Lachs gepackt, in den zweiten Ofen sechs Fische und in den ganz obersten Ofen 27 Fische. Ähm, weil ich die in den mittleren nicht gepackt habe. Achso, die waren ja schon da. Nein, ich habe nicht gesehen, was da drin war. Achso. Ich habe es einfach schnell rausgenommen. Ja, das waren doch wahrscheinlich meine Fische, die ich da mal reingepackt habe. Kann sein. Kann sein. Ja, kann sein. Jawohl. Ich brauche jetzt gerade mit einer Eisenspitze, äh, Dreck ab. Sinnvoll auf jeden Fall. Ich habe keine Schaufel dabei. Soll ich eine bringen? Nee, danke. Bin jetzt gleich fertig. Hast du das ganze Eisen mitgenommen? Welches ganze Eisen? Äh, wir hatten doch immer so ein bisschen Eisen da liegen. Ja, ich habe 20 auf Tasche. Habe ich eben vergessen zurückzulegen, als ich mir die Dinge getraftet habe. Ja, das war jetzt das Problem. Du nimmst immer irgendwas raus und dann vergisst du es in der Inventar. Immer, ja, immer. Ja, ist immer so. Ein Teil nimmst du immer nicht mit. Beim Angeln war es ja auch so, dass du auch das, äh, das, ähm, denkst du das Weizen noch mit. Es ist, nicht dass es schlimm wäre, aber du vergisst halt immer so ein Teil da drin. Ne, inventar. Die Crafting, der Crafting Table sieht richtig scheiße aus hier. Ich pack den mal außerhalb. Oder, wo soll ich den packen? Weil, ich finde, der sieht so in der Baumform richtig behindert aus. Ich pack erst mal in die Ecke. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Da ist der Brewing Stand. Ähm, wofür brauchen wir den Crafting Table nochmal? Bzw. ihr, wofür braucht ihr den? Freddy, wenn man keine Ahnung von der Baumform hat... Ja. Dann lässt man das. Kannst du abbauen und weglassen, den braucht kein Mensch. So, den Dörter hin, ähm... Wahrscheinlich dafür gedacht, mal irgendwie... ...die Axt denn da vor Ort zu bauen. Ja, genau. Ich hab den Brewing Stand jetzt übrigens auf den Eisenblock gesetzt. Weil ich den gerade in der Tasche hatte. Ja... Ich brauch's. Ich hab's gerade... Ne, ich hab die gerade hier raus gebohrt sogar. Könntest den ganzen Raum hier aus Eisenblöcken machen. Ja, könnte ich. Also nein, nicht aus Eisenblöcken, sondern aus Eisen-Erzblöcken. Ich hab's gut aus Ripstone und Lattes-Lattes-Lattes-Blöcken. Das sähe wahrscheinlich sogar echt geil aus. Na, klar. Na, klar. Dann können wir's ja immer noch mal die Wände aus... ...aus Tierblöcken machen. Jo, ach, das hab ich schon gemacht. Wolltest du das noch nicht? Wolltest du das noch nicht? So genug Dias hast. Ich glaub nicht. Könnt mir mal einer von euch bitte kurz... ...n Kessel nach oben bringen? Ja, Lederstiefel. ...n Kessel und vielleicht ein paar Kisten? Geht grad für schlecht. Also muss ich selber laufen. Wolltest du Kessel machen, bevor du reingehst? Ich hab auch Kessel gemacht, aber... ...ich hab drei gemacht, weißt du? Weil du meinst ja so zwei, drei. Und jetzt hab ich gemerkt, okay, vier sieht besser aus. Hm. Unsere Stadt ist echt schon ganz geil. Ich denk, du hast Eisen mit. Hab ich aber, aber das ist kein Crafting Table. Und ich brauch noch dieses, das. Alter, diese scheiß Tintenküschel. Genau, wo man da angeln muss, da rumtanzen. Boah, ich will so viel unnötigen Scheiß mit. So, Alter. Toll, jetzt bin ich hier alleine am Angeln. Ja, ich bin grad die Tiere zu hörten. Gibt jetzt mal einen Clown-Fisch mit einem Namensschild mit einem Namen. Das geht übrigens nicht. Klar. Nennst du ihn Nemo? Warte, das ging ja sogar. Im Amboss ging ja das. Ja, super. Du könntest ihn im Amboss mit Nemo benennen. Oh, was gut ist bei 1.8 ist, alle Namensveränderungen kosten nur noch ein Level. Oh, na, fick dich, geil. Ich werd meinen Schwert gleich mal nennen. Dann nenn ich mein Schwert Pussycunt Destroyer, oh ja. Kishi Slayer, fertig. Kishi Slayer. Ich hab dann einfach so ein extra Goldschwert für Kishi. Es gibt auch drei neue Steine, ne? Ja. Äh, Diorit. Anbrisit oder sowas? Ja, genau. Und Diorit. Ja. Ja, das find ich auch ganz cool. Ich hab zu viel Kappes noch dabei, Alter. Ähm, Holz brauchen wir noch? Ein Stecklein? Äh, ein paar Kisten brauchen wir. Ja. Äh, also acht Kisten passt schon. So. Die Tiere bringen richtig wenig Fleisch, ich hab nur sieben Fleisch grad bekommen. Die Kühe bringen meistens recht viel. Ja, aber davon will ich nicht so viele töten gerade, weil davon hab ich nur vier erst mitgenommen. Ja, du musst sie natürlich erstmal erstmal hochzüchten. Du musst jetzt erstmal hochzüchten, dass du so irgendwie 50 hast. Und am besten noch ein Schwert mit Plündern haben. Ja, genau. Ne, mit Plündern. Hatte ich ja mal. Plündern bringt doch nur was bei Monstern, oder? Ne, Loot bringt was bei Monstern. Ne, warte, das ist doch gleiche. Ja, das ist das gleiche. Looting, Plündern. Genau. Ja. Bringt bei allen was. Okay. Wenn du jetzt das bei 1.18 hast, dann hast du sogar 1% Wahrscheinlichkeit oder die Prozentwahrscheinlichkeit wird erhöht, dass die selteneren Gegenstände getroffen werden. Okay. Ich muss jetzt sagen, es ist mir grad echt mal egal, wie ihr das seht, aber ich find das so irgendwie geiler. Du kriegst sogar, glaub ich, mehr XP, wenn du Plündern hast. Check. Ihr könnt das von mir aus wieder umbauen, aber ich will den Brawlstand jetzt erstmal nicht in der Mitte haben, das ist nämlich nervig. Wieso denn? Alter, weil du halt immer gegenläufst und du hinten in die Ecken... Mir ist das sowas von egal, auch so, wir können irgendwo dann unsere Unsicherheit... Unsicherheitstrinke und große Heilungstrinke machen. Ja. Von denen wir dann bestimmt 200.000 Stück haben. Ich weiß gar nicht mehr, was man für Unsicherheitstrinke braucht. Die für Heilung, die für Schaden, die für Spezial irgendwas. Warum fehlt hier ein Bücherregal? Weil das irgendein Creeper mal rausgesprengt hat. Du denkst wirklich, dass wir jemals so viele Scheißtränke haben werden? Ich würd einfach sagen, dass... Es geht, es geht einfach darum, ums Prinzip... Freddy, 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 guck mal her. Guck mal her. Guck mal her, mein Junge. Ich würd einfach sagen, hier in die beiden Kisten, ähm, kommen leere Flaschen, in die beiden Kisten hier vorne... Leere Flaschen, ja. Ich würd lieber Wasserflaschen da reinpacken. In eine, in eine, in eine, in einen Wasserflaschen, in eine schon bearbeitete Tränke, halt so... Weißt du? Ja, und Reagentien... Ich reiß mal das alte Hühnergehege übrigens ab. Mach das. Ich pack jetzt Reagentien erstmal in irgendeine Kiste. Oder hast du ein Problem damit, Jörg, dass ich das Hühnergehege abreiße? Ja? Braucht man Leder für die Dinger? Für, für irgendwas zum Brauen? Wollen wir da denn eigentlich eine große Essensfarm machen, oder wo wollen wir die machen? Weil die Essensfarm hat die eigentlich so vor, irgendwie in die Nähe von unserer anderen Farm zu machen, ja, also... Ne, ich frag nur, ne? Ich bin jetzt erstmal bei den ganzen Scheiß losgeworden, so... Ja, weiter, das hier noch ein bisschen... Ja, haben wir noch massen... Alter! Ah... So eine Schaufel? Nein! Ja, zum Glück hab ich Eisen mit. Ich auch. Ich lauf seit... ein paar Minuten ohne Schaufel rum. Ich hab keinen Timer gestellt. Life Party, würd ich sagen. Oder hab ich einen Timer gestellt? Ich weiß es nicht. Mal kurz nachgucken. Ich glaub aber nicht. Dann beende ich mal kurz den Party und guck mal nach, wie lange wir da haben. Bis gleich, tschüss! Ja. Und in diesen zwei, drei Minuten werden wir uns nur kurz darum kümmern, dass die Boiler aufgefüllt werden und dass wir nochmal eben kurz, ähm, ein ganz paar Bücher machen, um nochmal ein paar Bücherregale zu machen. Ich glaub, das schaff ich nicht mehr, diesen Part. Egal. Aber die werden ja sowieso nur zur Deko, weil wir haben ja, äh, genug Bücherregale. Das ist alles nur zur Deko, was wir jetzt machen. Ich farm seit langer Zeit auch mal wieder unsere, ähm, Dingsbäumer. Kakaobornaft, das glaubt nicht lohnen. Die bringen Kekse und dafür braucht man nur Weizen, was wir für Kühe benutzen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine riesige, äh, Dingsfarm machen. Wir machen diese Gronkh-Farm da, denk ich mal, oder? Jetzt auf einmal. Was die anderen gemacht haben. Ja, halt die typische Gronkh-Farm, ne? Hm. Ja, die machen dann die beiden, weil ich hab keine Ahnung davon. Ja, kein Ding. Die haben wir schon privat gebaut. Kacke, jetzt hab ich nur... Oh, wenn Jörg so ein bisschen das Knister im Hintergrund hat, das ist total laut. Die haben das Knistern auch bei dir. Ich hab das Knistern nur bei Jörg. Ich hab's auch bei dir. Kommt vielleicht von meinem TS-Server auch noch, weil ich hab hier ein scheiß Internet. Alter, kann man die Kakaobo nicht irgendwie roh essen? Wie soll das aber mal ins Bett gehen? So, in der Kiste neben dem Dingens sind vier Eimer. Und, ja, dann können wir uns auch ganz schnell... Wir haben jetzt Leder, ne? Ein bisschen Leder haben wir. Leder haben wir, glaub ich, den ganzen Stack schon. Ich hoffe es. Ich würd mal Haar-Bücher machen. An Zuckerrohr tut's eigentlich nicht scha- äh... Mal mal kurz mal gucken. Ich bin im Bett. Leicht falsch? Kein Bock jedes Mal. Stuck? So. Gut, dann kommt das... Wie ging das nochmal? So? Papier. Oh, ein bisschen Papier hab ich jetzt, ja. Ich hab jetzt übrigens kein Papier mehr. Wie, kein Papier mehr. Mh, haben wir noch Leder? Leder dürfte ein Drop sein. Leder ist jetzt leer. Hast du wirklich so viele Bücher gemacht? Ja. Okay, Leder brauchen wir auch nicht mehr, ne? Ich hab gerade noch 31. Ne, diese Leder brauchen wir für nichts mehr, oder? Ich hab keine Ahnung. Das sind nur zehn Bücherregale, ne? Aber trotzdem. Äh, sag's, Papier haben wir nicht mehr. Ich hab jetzt, äh, fast ein Stack, ähm, Dings noch gefarmt. Äh, nicht gefarmt, aber halt so. Einmal, äh, die Schilfrühreihe hier abgebaut von unserem See. 62. Ja, ich hatte gerade ein paar Stacks da reingeballert gleich. Ich hab jetzt zehn Bookshelves gemacht. Ja, und ich hab jetzt mal 60 Papier gemacht. Okay, ich hab jetzt noch gerade, ähm, nochmal 30 Bücher gemacht. Warum haben wir hier gelostet? Ich, ich frag nicht. Ich, ich, nein. Es ist, es ist mir egal, warum das da so ist. Aber ich muss den ganzen Trick erstmal loswerden. Bücherregale sind übrigens todes teuer. Und jetzt einmal die Bücher dazwischen. Ich hab jetzt 20 Bücherregale. Und wir haben keinen, also gar nichts mehr. Ich hab Papier noch ohne Ende. Aber kein Leder. Wir haben übrigens viel zu viel Zaun. Nein. Wir haben zwei Stacks Zaun. Nein, wir haben nicht zu viel Zaun. Ich glaube, dass ich lebe. Hm, sollte dir auch leid tun. Hm, Papier waren verschiedene. Wir haben doch 60 Papier und vier Bücher. Okay. Die Bücher bringen nichts, ne? So wenig Bücher. Das wäre ein Regal. Immerhin. Du kannst dir ja gerne die Bibliothek angucken. Die Bibliothek ist jetzt fertig. Okay, da kann ich mal vorbei. Nimmst du euch gerade auf? Jaja, ich nehm drauf. Und das war's dann auch mit diesem Part. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.